Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Heroes Zero ja wir haben jetzt unsere 500 Gold Wochen Turnier beendet so heldenhaft hast du dich in der letzten Woche geschlagen da fuck nein Helden hatten und 3 Fischkeitspunkte so um ja gestern kam keine Folge deswegen kaum heute zwei Folgen weil es gestern technische Probleme gab und die Folge sollte eigentlich gestern kommen und dann weil ich dir heute hoch und dann kommt heute noch eine Folge so und wie soll unser Team denn heißen sagen wir ja hmm Puhjuuu TjEN TjEN um Schönen Playa wir kämpfen für um sie sind russiert erst mal nicht Team gründet also ja dann können wir und auch hier gleich untergehen also das ist nur die Form gelaufen Stichwort und tief um die 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 gibt es auch mit zu holen Jokolo um Elton 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 weil die nicht das tun die Nachricht ist es in der Schiene in der Schweiz nicht das muss weiß sein und das muss ein bisschen schwarz nach einem wollte nicht um das dann muss genau größte um wir sagen wir 100 Prozent und um um war auch auf Haus ohne nein 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 uhr 5 egal dann machen wir es halt immer nächsten Folgen wird dann tausend Gold haben oder so gewonnen ein Gronen aus dem Doppelmann Loll der tausendmal mehr Stärke und ich gewinnt trotzdem auch okay ich habe gerade oh das war gar nicht mehr so knapp das löchert immer noch hallo aber auch nicht so und uns gehen wir doch mal eben bis sie acht Punkte noch mal so dann haben wir sie 46 Stärke und was nehmen ab ich weiß dass er kommt verkaufen Bromann der verkaufen sie 70 Gold und die 70 Gold dann gleich mal einzahlen ja klar war nur das um kann es sich irgendwie ändern also ja genauso dann und 70 gespendet um um ja Beschreibung machen wollen in der nächsten Folge einfach mir fällt nämlich von können Prozent ja an die das gibt ein bisschen zu wenig Erfahrung elf Minuten um die jährige um dann gucken wir doch gleich mal schraubt u und spenden in die Teamkasse der Matiko um gibt sie irgendwelche Verbesserungen die Kürtel schnäht n n und es ist immer noch da was sind Kinder ach so und jetzt zwar ist sie ist hier bei diesen Mission ist er immer so ein komisches Ding und oder eher jetzt jetzt als verstanden neue Ware bitte 9 um not Euro haben wir auch das ist gut es wird gleich neue Lautschen so sieben so naja an die dort lässt sich dann mal lieber und jetzt werde ich erst mal mein ganzes Gold in den freien Spenden denn wir wollen unser Gegner ändern und ja was man jetzt am besten ich mache hier ein Cut damit das nicht so lange dauert bis die Mission fertig ist und dann bis gleich so da sind wir auch schon wieder ja kann ich mich so besitzt zu Ende und was jetzt noch vorhatte wir machen ein paar Duelle bis dass sie auf 15 ist die lebt die ja genau wollen wir noch gleich mal angreifen um die zieht aber viel ja und schon lieben Faker ich meine er wird sich gar nicht so nennen und die hat ganz viel ausweichen oder da war ich doch schon wieder aus so und nein wie konnte ich da noch verlieren wo bin ich jetzt eigentlich auf Platz 23382 Fick dich einfach mal runtergeschmissen so Prozent ja das sollte jetzt noch mal genau wir wollten noch ein machen ich glaube ich nehme es einfach mal den die sie mir einfach auch auf die Sonne so alle vielen Tobi 10 oder 8 wenn wir im Mund wieso haben sie alle so viel Intuizien nun und ja haben sie ich verkack doch hier alles und darf kriegen eine Belohnung nein 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 das darf nicht sein so nehme ich mal die an und dann gelie ich fünf Münzen ja komm dann machen wir das sagen wir so oh bis lädt ey Internetleitung so ähm kaufe einen Fähigkeitspunkt 27 und 7 Münzen fuck ihr die fünf zwei Münzen Fick dich so dann können wir doch gleich noch 1 starten Funky Frozen fuck mom was hat der denn für ne Wurfwaffe ist das die Strick Garn, Zeug whatever ey wenn der mich jetzt hier platt macht ne oh ich tue du mein Männer da sie ist schon doch weil ja aus n n n n n n was ein Penner das ist ja wieder zwei Münzen kann da eins rein gehen geht wieder so um dann machen wir doch hier so ne Beschreibung hallo Leute wir suchen noch neue und aktive n n n n n n n kostet hat kann sie ist bei mir mehr geht in Klammern die Jungs Tag Maas der umdreht so Klammer zu um wie wer denn er hat es kommt schwul und jetzt könnte ich dann noch hinschreiben wir oder die die ja komm ich bin ein bisschen einfallslos YouTube YouTube dort Muster Lp dann kommt noch in Klammern der Linkdorin mit Lp 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 Köln habe ich mir jetzt noch einen neuen Account gemacht der heißt dort Marst Pw 8 Uhr so den Link zu deiner Team Seite im Forum der Halle des Teams ein Kopierer dazu einfach den Foren Link in das Eingabefeld einen Link zu Halle der Teams in den Köln des Spiels Spieler fest Hauke war ich schon sie haben so was sollen wir denn noch machen haben wir sollen mit den Niemösen das haben wir alles noch aktiv keine Waffe ausgerüstet verfügbar auf Stufe 10 das ist doch verarschen so noch mal hier noch man kann bis die Mission zu Ende ist und dann ist gleich so ich habe es einfach mal die Quest übersprungen mit Donuts weil ich nicht so lange warten wollte und dann sind wir auch schon schufe acht und können zweimal noch in Intuition Reins Köln wir sind Sonnens Köln bedungen Schicht der rechte Stube 8 echt jetzt gibt es auch noch in der rechten Stufe 9 ein wie ihre Kuh nein ich glaube ich steckt es ist nur so Intuition Reins damit die noch ordentlich was gehen können das los 50 Punkte pro Fähigkeit zwei Donuts 3 ausgegeben zwei Donuts wieder erlaubt erlaubt wie hoch er ist mir ehrlich ich will mich nicht nachmachen nein nein im Endeffekt ist das jetzt sein Ernst gibt es auch mal was kürzend ist Joa nehmen wir mal diese Kampfmission hier so und ja was soll dies nochmal machen die Teamschreibung geändert öffnet das wenn die Menü zum Ausbau Ausstattungsstufe 1 gibt einen plus 1 Prozent und seine Grundfähigkeit auch wie das Geld um Wörter Eiergner kosten 400 was 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 Tiet was zum Tiet warte warte durch die nur 1 wieso nur 1 wieso nur eins das ist aber lächerlich ich und da fällt es jetzt ausgemacht so gut mal noch mal hier was ich noch machen muss Euro neuere das Missions Angebot das können wir machen wenn nachdem die ihre beiden Helden sind Prozent so kann man das machen wir müssen noch ein Ehrenkampf spielen den ich aber auch schaffen kann um um ich greife einfach den 100 und die Stufen 5 und ist so hoch oder eben nicht so schlecht abgetreten ja wir haben geschafft wir sind die Besten so das haben wir dann auch schon mal geschafft so wir sind dann denn die Kettung um wir können auch ein den Machen und kann man ihn nun die Stufen sehen ich glaub so wieso und 50 ist auf er kann ich nicht ausweichen oder kann man bei der Wovers für mich ja noch ich habe jetzt trotzdem diesen diesen dieses des Bums nun lebt immer so lange dieses Dienstbombs hier ist es gibt es gibt es gibt es gibt ja um sowas steht als nächstes noch an erneuere das müssen sie aktivieren wie macht man das im Buster Shop kannst du für ein paar Donuts ein Händen sind aktivieren damit hast du für eine Stunde die Falle ich blick und kannst so mit dem Prozent das ist mir so ein bisschen sieben zu doof da war so erklimm das Podest 3 hallo dass man besucht hat ein anderes Thema wieso Duell infolge ja zu finden für deine Energie nach ich bin wach ich bin wach zu Prozent dieser Wort wird sich noch nicht schlapp die umdurte L die jahre Moni anscheinend auf 5 festen so hat mein Schächsendet ist fertig so ja dann bin ich auch schon wieder mein Schächsendet war kurz fertig und ja damit ihr auch was zu zeigen habe habe ich das ist kurz fertig gemacht denn ihr wollt ja am Samstag Sonntag nicht ohne irgend so was auskommen ihr wisst schon was ich meine auch wieder war schon wieder knapp um die Minuten wurden es ist immer gut und immer noch immer gut aber es ist ein Vertreter Rundberg ein Versicherungsvertreter die müssen wir noch mal besiegen oder ja den müssen wir noch mal wer treten G so kann man jetzt schon nachfüllen nein kann man sich nicht so um in der Ehrenhalle kann man so und den Günter es lebt mann Wolf Krieger guck mal uns den Rest machen ins Leben Mälen okay welcher ist er Prozent Prozent nach Stufe 8 ein bisschen hatten die wollen wir nicht der Anzeigen um Nö okay weiter nach oben so Steinrecher was sein Name auch nicht mit Luca nö auch nicht Crazy Chris der gefällt wie er Kien er hätte ich wohl und zu mal Argen ob du eben wenn du mehr in immerhin die kommen möchtest falls Komma falls ja dann schreib bitte zurück Punkt MFG liebe Prozent Juhu Juhu Prozent Kuhl Müsse von Tag Wasser Lp so senden so dann können wir gleich noch ein anwerben mhm gehen rum halt na äh Lp die Skil also so wenig da fahrt sie schluchte wenn das ist auch wirklich so nicht gut ja ja der Kugel D hey ich vor allem du und die Wendungen die nein die kommen möchte ist Komma. Wenn ja, dann schreib doch bitte zurück. Punkt. Punkt. Wäre cool, wenn ja, mit freundlichen YouTube-Grüßentag... ...und... 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 ...kos mal kopiert, senden... ...und da ist ja auch schon fertig, so... ...also kriegen wir den Daumen... ...knack, knack, 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 ne... ...ne, kein Plan. Oh, no. So, ähm... ...nach... ...was... ...sehe ich nicht an. Ja, verkaufen. So, was kriegen wir hier nach? ...druhig für die Kreuzpunkte... ...gallo... ...druhyzisch? ... Also... Versuch, unser Team? Mö. Well, können wir wieder frei Angriff machen? Finde ich kacke. so um ja und dann würde ich sagen das war es für diese Folge und wenn es euch gefallen hat dann wie immer lassen abo leid kommen da und da was ihr wollt ist mir egal und dann nehme ich hier kurz nur eine Quest an dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal Ciao